Kala steht jetzt da hinten in der Abwehr. Ich werfe ihren Ball irgendwo hin, wo sie nicht steht und sie versucht dann eben so schnell wie möglich dahin zu kommen und den Ball hochzuspielen, dass dann im Spiel ich dann hinrennen kann und ihr den Ball dann auch zuspielen kann. So, jetzt hast du gesehen, dass es aussehen soll. Du hast fast den Ball berührt. Ja, nee, der war nicht schlecht. Britta hat natürlich auch sehr fair geworfen, aber der Abgang war auf jeden Fall ganz gut. Stark! Baum fällt!